In Deutschland raucht etwa jeder Vierte, in Neuseeland ungefähr jeder Zehnte. Tausende Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen des Tabakkonsums. Der Inselstaat hat sich nun vorgenommen, in drei Jahren soll kaum noch jemand zur Zigarette greifen. Mit einem strikten Gesetz will die Regierung die Raucherquote unter 5 Prozent drücken. Nur ältere Generationen sollen überhaupt noch Zigaretten kaufen dürfen. Und das schmeckt nicht jedem. Tasmin Bruker-Brown wird nie in ihrem Leben in Neuseeland Zigaretten kaufen dürfen. Wie jede und jeder, der nach 2008 geboren ist. Neuseelands Parlament will mit dem neuen Gesetz nach und nach ganze Generationen vom Rauchen abhalten. Es gibt keinen guten Grund, den Verkauf eines Produkts zu erlauben, das die Hälfte aller Konsumenten tötet. Wir werden das mit diesem Gesetz beenden. Es wird eine Veränderung für Generationen. Und unsere Jugend wird gesünder bleiben. Weitere Kernpunkte, die Tabakkonzerne müssen die Nikotinwerte in Zigaretten so drastisch reduzieren, dass sie nicht mehr abhängig machen können. Außerdem soll es deutlich weniger Verkaufsstellen geben als bisher. Kioskbetreiber Youssef Masni, selbst Raucher, fürchtet Umsatzeinbußen und Schwarzhandel. Er kritisiert das Gesetz als übergriffig. Sie können mir nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist meine Freiheit, zu machen, was ich will, wenn es nicht gegen das Gesetz verstößt. Meine Freiheit, meine Entscheidung. Strafen fürs Rauchen soll es nicht geben. Und die weniger gesundheitsschädlichen E-Zigaretten sollen für Erwachsene Alternativen sein. 2025 sollen weniger als 5 Prozent der Bevölkerung rauchen. Neuseeland würde damit als rauchfrei gelten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020